Musik 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 So, dann habt ihr also auch mal Wart ihr also auch mit mir Jetzt am Whitehaven Beach Ich glaube das ist Na, ja, also Einer der schönsten Sandstrände, den es überhaupt auf der Welt gibt 98% des Sandes hier Sind Silicio, müsste ich dir so vorstellen Man läuft irgendwie Ich weiß nicht, wenn ihr euch ganz ganz feines Salz mal zu Hause Ganz ganz feines Salz mal zu Hause nehmt So ungefähr fühlt sich der Strand hier an Und das Schöne daran ist Es wird nicht heiß Auch wenn die Sonne drauf scheint Das wird alles reflektiert und der Sandstrand ist Sowas von kühl Man kann darauf laufen, wie oft Ja, wie Ich würde mal sagen 10, 10, 15 Grad hat der Oder 20 Grad Mir aber wirklich nicht so Und wie ihr sehen könnt So ganz idyllisch ist es natürlich auch nicht Da wir hier Ich glaube vorhin hatten wir um die 16 Boote Mittlerweile sind es nicht mehr ganz so viele Ähm, ja Aber mittlerweile wird der Strand auch leer Und es macht auch Spaß Und ja Naja Okay Also Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Musik Musik Musik